Wahrscheinlich sieht der Zauber schon besser als gar kein Zauber. Natürlich! Natürlich! Was haben wir jetzt? DNT und das Ding. Okay. Und... Swamp Potion. Ich kann es aber so anschieben. Oh. Der Air feels hot. Was bedeutet das denn jetzt wieder? Gib mir ein Gold. Okay, da bin ich irgendwie nicht dafür. Dass ich hier einfach so geasseted werde. Saufen! Hm. Irgendwie ist das eingeklemmte, glaube ich, das Fass da an der Stelle. Immer noch... Wie viel bin ich kollapst, Max? Boom! Ne? Keine... Oh Gott. Was ist denn da drin? Ne. Gar nichts mehr. Oh Gott. Aber einfach keine Reichweite. Und wieder... Verbrennen. Ich glaube, ich bin hier irgendwie nach unten. Ich glaube, ich bin hier irgendwie nach unten. Aber die ganze komische... Kippen wir mal hier oben aus. Dann hauen wir uns hier unten ein bisschen Wasser mit. Ich glaube, das Wasser ist im großen Teil. Uff. Das war nicht so easy. Burning Trail... Weiß man nicht, wofür ich den Stein brauche. Wisst ihr was? Mit dem Stein einfach nur, weil ich mal wissen will, was der macht. Das ist literally ein Stein. Cool. Kann ich nicht mal aufheben. Firebolt hat schon 25er Aufladung. Dynamit und peng das Fass weg. Ah, brauche ich das nicht. Faster Levitation. Exploding Corpses. Oh. But you gain immunity to explosive damage. Shriek Blood Money. Blood Money is dropped when death is an accident. Aber dann geht alles andere kaputt. Es ist zu viel Chaos. Oh wow. You bleed flammable oil, but are immune to fire. Every time enemy near you dies, you release a mana recharging liquid. Und nimm halt immune to fire. Weißt du was? Du gehst mir jetzt schon wieder auf den Sack. Ich fühl's cozy in hier. Was heißt denn, ich fühl's cozy in hier? Oh mein, die Sachen gerade, die gehen sich an. Ich glaub ich, der Run ist komplett fucked. Oh mein, die Sachen grad, die gehen sich an. Oh Gott. Wie soll ich denn den Damage machen? Yo. Rip, 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 rip. Das ist sowas von ripparoni. Ich hab ja schon nur 36 HP. Oh Gott. Ich meinte, aber ich bin immune to fire. Nice. Ach so, weil hier überall solche Einrichtungsgegenstände sind. Feels cozy in hier. Aber gegen Lava glaub ich nicht. Nur gegen Feuer. Muss ein bisschen aufpassen. Ist nicht das gleiche in dem Spiel. Ich brauch aber was. Ich muss mir noch weiter erkunden. Also ich brauch nicht nur Gold, sondern ich brauch generell mehr Loot. Oh. Ist schon irgendwie weird, wenn man plötzlich das Feuer, was vorher immer in Gefahr war, und nicht mehr beachten muss. Gib mir das Gold. Uff. Aber ich hätte gern noch irgendeinen Zauberstab oder sowas. Ah, der hat den Zauberstab genommen, die Sau. Frage ist, ob das ein guter Zauberstab ist. Idiot. Wahrscheinlich ist jeder Zauberstab besser als gar kein Zauberstab. Natürlich. Natürlich. Mana Charge spielt 400. Einfach alles drauf. Acceleration homing. Project towards enemy and at increased pace. Open the timer. Alles drin. Moment. Was hat denn hier eine Ladung? Ah, Earthquake Shot. Ja, ja. Da ist Erdbeben drin. Aber ich glaube, das ist ein Shuffle, ne? Das ist ja nicht klar, weil das Erd ausgelöst wird. Aber jetzt kann ich hier raus. Jetzt habe ich nämlich was, was ich umbauen kann. Hier, Erdbeben. Raus damit. Shuffle. Hier, nehme ich genau auf. Yes. Double Spell. Increased. Toming. So rum. Der ist, glaube ich, smart. Oh, die haben einen Timer drauf. Deswegen casten sie selber nochmal. LOL. Und ich wundere mich hier, warum die so komisch rumfliegen. Die casten sie einfach selber nochmal. Okay. Das wird ja spannend. Und das Timer-Symbol hat er den gar nicht gesehen. Oh, sag mal hier. Angry Ghost. An angry spirit comes to your aid. Copying nearby spells and projectiles. Electric Immunity. Every time you leave a holy mountain, erhelfer und Mundkonusses is summoned. Nehm noch eine Immunity mit einfach. Jetzt sind wir Feuer ohne Elektro-Immune. Einmal einfach. Immunity. Alderie. Fly downwards. Kürtiker und Blatt. Ne, der hat kein Projektil drauf. Was ist das denn? Wo ist denn da irgendwas? Home, ey. Was ist denn das für ein Lime? Bin doch auf ein Lime gegangen. Uuh. Uuh. Aber 57 Damage gemacht habe ich jetzt richtig gesehen. Okay, da ist sowas Homing gewesen. Das Homing hätte ich gerne permanent. Ich brauche nicht Shuffle-Spell für die Kombo eigentlich. Das wäre so nice. Gleiches Stats. No Shuffle. Oh Gott. Aua. Viel zu viele Gegner. Wir haben uns zerlegt. Das. Acceleration. Oh Gott, ich werde schneller. Nicht schneller sein. Ich mache ihn wieder langsamer. Ich bin zu schnell. Das sind meine Bedürfnisse. Uff. Also das Level gefällt mir, weil man mit den Bubbles hier glaube ich fast überall durchkommt in dem Level. Aber ich glaube es liegt daran, dass das hier alles Eis ist. Ne, Frozen. Rock. Packed Snow. Okay, ich komme auch durch Rock durch. Das ist ja eigentlich ganz geil. Oh Gott. Ist genau gefressen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch Ben, du hast den gefangen. Raus hier. Dringend raus hier. So. Was haben wir hier? Energy Shield. Projektil. Explosive Projectile. Personal Gravity Field. Erdbeben. Wow. Storm and Crystal. Water to poison. Blood Fireball. Ich glaube, wenn dann würde ich nur das Explosive Projectile nehmen. So. Was wollen wir eigentlich? Quasi so rein nehmen. Korrekt? Ne. Guck mal, ob das funktioniert, was wir hier jetzt machen. Ne, das Explosion Ding hab ich schon verstanden. Always Cast. A random always cast is added to the wound in your hand. Up to maximum four. Da sehe ich mich eher. Extra Health. One of. Contact Damage. Enemies Neo take Damage. Was machen das hier? Was haben wir gekriegt? Äh. Ich glaube wir haben Piercing und Elektro oder sowas gekriegt. Wir haben hier schon den ziemlich krassen Shit drauf, ja? Mal sehen, was passiert. Oh Gott, ich bin zum Glück elektro immun. Alter, what? The fuck? Okay, ich bin nämlich nicht explosions immun. Jo. Das war einfach, das sind one shots. Weil der hat schon auch noch Piercing. Alter, what? Da war die ganze Gruppe tot. Oh Gott. So, brand die Mund sind wir ja auch noch. Oh, ne, ne, ne. Das Eis ist, dieser Eis scheiß. Der ist doch problematisch. Ich predige mal den Selfkill. Ich bin halt gierig und will das Eis, äh, das, 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 das Gold haben, ne? Alter Schwede. Was denn hier passiert? Die Reichweite ist aber auch... Insane. Jo, der kommt einfach nach oben. Tote Leute runtergefallen. Weil dieses Metallzeug, das leitet das, ne? What the fuck? Okay, da hab ich... Okay. Ich bin anscheinend doch nicht elektro immun. Hab ich nicht Elektroimmunität gekriegt? Okay, aber nicht, wenn es überspringt anscheinend, ist das ein bisschen schräg. Oh Gott. Das war kein Selfkill. Ich glaub, der hat da grad was geworfen. Der hat da ganz bestimmt was geworfen. Aber es kommt ja denn da auch plötzlich um die Ecke, da schieß ich doch reflexhaft drauf. Also wir stellen fest, so ab dem, ab dem zweiten Mal durch den Heiligen, Heiligen, Holy Mountain kann's ziemlich weird werden. Und die Always Casts hab ich direkt zwei gekriegt. Wir hatten Elektroimmunität und wir haben trotzdem Schaden für Elektroschocks gekriegt. Ich weiß nicht, was er nicht passiert ist. Ich habe alle Leute gemacht. Der erste Mal, was ist nicht passiert.